mega run auf die altersrente für besonders langjährig versicherte unter dem schlagwort rente ab 63 immer mehr menschen beantragen diese rente mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de es gibt einen also im jahr 2023 gibt es bis ende september 2023 gut 245.000 anträge auf die altersrente für besonders langjährig versicherte sie kennen diese rente unter dem schlagwort rente ab 63 abschlagsfrei das heißt also diese menschen diese personen die diese altersrente mit 45 jahren wartezeit beantragen haben deutlich zugenommen im jahr 2023 aktuell sind wir bei ende september 2023 bei gut 245.000 rentenanträgen auf diese rente mit 63 ohne abschläge das sind knapp 17 prozent mehr als im vorjahreszeitraum als grund dafür wird genannt dass immer mehr beschäftigte der geburt der geburten starken jahrgänge ins rentenalter kommen das heißt also die baby boomer gehen langsam aber sicher in diese rente wer 1963 geboren ist kann nach einer versicherungszeit von 45 jahren mit das stimmt nämlich nicht ganz nicht mit 63 abschlagsfreien rente gehen sondern ihr dann eben mit 64 jahren und ein paar äpfelstückchen also da ist ein fehler in diesem beitrag drin das stimmt so nicht was da drin steht meine damen und herren aber das ist sei jetzt mal dahingestellt was hier deutschlandfunk da konkret beschrieben hat sondern hier geht es schlicht und ergreifend darum dass aktuell vom ersten januar bis zum 30 september 2023 245.000 menschen versicherte aus der gesetzlichen rentenversicherung diese altersrente beantragt haben und diese altersrente wahrscheinlich auch dieses jahr noch zugesprochen bekommen werden das heißt also es fehlen ja noch die monate oktober bis dezember da gibt es noch mal ein paar paar zehntausend menschen mehr oben drauf das sind also insgesamt knapp 17 prozent mehr als im vorher meine damen und herren also hier noch mal bitte klar gucken ja wer bis 1963 geboren ist kann nach einer versicherungszeit von 45 jahren mit 63 bereits abschlagsfreien rente gehen das stimmt so nicht denn die geburtsjahrgänge ab 1953 können dann immer nur mit zwei kalender monaten obendrauf in diese rente gehen das heißt also wer zum beispiel 1958 geboren wurde der konnte erst mit 64 jahren also mit vollendung des 64 lebensjahres in diese rente gehen ja 19 wer 1959 geboren wurde der kann mit 64 jahren und zwei kalender monaten in diese rente gehen und so staffelt sich das bis zum geburtsjahrgang 31 12 1963 wer im jahr 1964 geboren wurde der kann erst mit vollendung des 65 lebensjahres in diese altersrente gehen aber hochinteressante zahlen arbeitgeber wird es natürlich nicht freuen die werden wieder gift und galle spucken vor allen dingen der bekannte arbeitgeber präsident durger wird wieder dann wahrscheinlich bald markige worte sprechen und dann sagen oh wir müssen diese rente abschaffen sie bringt uns sozusagen an den rand des wahnsinns und an die an den rand der insolvenz aber das kann so nicht stimmen näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine super rentenstarke woche und viel spaß beim rentenantrag für ihre altersrente für besonders langjährig versicherte mit 45 jahren wartezeit bitte aufpassen ab rentenbeginn müssen die 45 jahre wartezeit vorliegen und nicht ja und das ist ein ganz entscheidender punkt das muss bitte noch geprüft werden ich wünsche ihnen alles gute ihr rentenberater und rechtsanwalt peter knöppel bis kroatch way neighborhoods bis bis bis